Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Champion-Quizzes. Einmal vorweg, heute ist der Tag des Sicherheitsrasierers, denn am 2. Dezember 1904 hat eine Person, dessen Name ich nicht ausspreche, weil sonst blamiere ich mich des Todes, das Patent auf den von ihm erfundenen Sicherheitsrasierer erhalten. Also, wenn ihr ein bisschen angeben wollt, ist schon ein paar Jährchen her, aber, ne, 2. Dezember 1904. Merken. Vielleicht kommt es im nächsten Geschichtstest dran. Und damit starten wir mal lieber ganz schnell. Mordekaiser. Ui. Mailtop. Milinoxus. Ähm. Er fällt mir jetzt tatsächlich nur noch Darius ein, der Top-Land spielt und Noxus ist. Easy. In zwei. Never look up a tulip in the eye. Das ist unsere liebe Lulu. Never look up a tulip in the eye. Never. So. Sieht irgendwie nach so einem Maschinengewehr aus, was hier durch irgendwas durchschießt. Mit einem Maschinengewehr muss ich an Corki denken. So richtig. Das ist gerade die Frage, ist das, das müsste Q, äh, die Q sein, oder? Ist sie passive? Okay, ich dachte, die sieht anders aus, so, äh, 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 ja, die passive gibt ihm ja andere Munition da, oder, dieses Munitionspaket, okay, hätte man drauf kommen können, aber ich dachte, so wegen diesen Maschinengewehrschüssen da drauf. Ärgerlich. Aber, dennoch, äh, in zwei. Ne, eins. Ne, äh, Mann, Leute, ich bin verwirrt. In eins, aber die passive, versaut. Die passive, die Ability. Oh, tut mir leid. Äh, bin schon ein, zwei Minütchen länger wach. Okay, äh, Champion. Sehen wir hier. Krasse Kette. Da kommt die, äh, äh, vielleicht hat Kratos die an irgendwen drangemacht. Ich glaube, der ist nicht im, äh, LOL-Universum vorhanden. Ähm, ist hier, ist das so ein krasser Speer? Sieht auf jeden Fall glühend aus. Ähm, probiere ich einfach mal Jaren und Xin. Das ist, Pan, Pantheon. muss halt auch irgendwie so ein großer Skin sein. Ein großer Champion zumindest in dem Splasher hat drin. Ähm, dann soll ich Ketten, also Silas kann ich mir nicht vorstellen, aber der hat zumindest ein Ketten. Ähm, maybe so ein Varus-Skin? Äh. Wait, ist das Vel'Koz? Übrigens, ich fand's grad cool, da ist immer ein, ein Apostrophe. Ist das richtig? Ich glaube, ähm, dass man den da nicht mit reinschreiben muss. Der Battlecast, das war hier, mit Roboter. Der Infernal Vel'Koz. Okay, dann habe ich gestern zumindest so mit meiner Aussage nicht ganz geflunkert, dass es heute besser wird. Zwei, eins, eins, sechs oder sieben? Äh, sechs. Okay, cool. Ähm, morgen wird das Splash-Chart, sagen wir, in drei gemacht. Das hört sich doch nach einem realistischen Ziel an. Einfach mal mehr drüber nachdenken. Das hätte man, glaube ich, früher herausfinden können. Aber egal, haben wir nicht. Aber ich hoffe, ihr schafft es. Ansonsten, ne, Lösungen stehen ja auch unten in der Beschreibung drin. Und damit verabschiede ich mich auch für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö